Sonntag bei RTL 2 Amerikas beliebtester Serienkiller ist wieder unterwegs. Schön die Türen abschließen. Die Free-TV-Premiere. Dexter, die zweite Staffel. Die Karten werden ganz neu gemischt. Beihaber-Metzger. So nennt die Presse diesen Typen, der die Leichen im Meer verklappt hat. Denn dieses Mal wird der Jäger zum Gejagten. All meine Geheimnisse werden an die Oberfläche geschwemmt. Das FBI schickt uns seinen besten Mann. Er ist eine Legende. Das ist also der Mann, der zwischen mir und der Todeszelle steht. In den ersten Berichten wurden diese Körperteile derselben Leiche zugeordnet. Es sind aber zwei. Es sind aber zwei. Ausgezeichnet mit zwei Emmys und zwei Golden Globes. Dexter, der Start der neuen Staffel. Sonntag um 22.20 Uhr bei RTL 2.